Campingplatz vor Napier. Vier Kilometer Schotterpiste, mitten im Buschenrestaurant. Hier ist die unterste Ebene, direkt am Fluss. Heute frieße ich ungefähr 15 Grad. Gestern waren 20, wo ich ankam. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Kaffee Zeit. 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 Kaffee dazu. Kaffee Zeit. Kaffee Zeit. Kaffee Hat. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Vielen Dank.